über Ritter und Soldaten, den großen Unterschied, den ein kleines Prädikat ausmachen kann und über die Frage, wie wir unter dem Banner Christi kämpfen sollen. Sonntagsimpulse, Gedanken zum Evangelium für jeden Sonn- und Feiertag des Jahres mit Priestern der Petrusbruderschaft. Heute mit Diakon Peter Westner. Am heutigen letzten Sonntag im Oktober feiert die Kirche Christus als ihren König. Schon auf die Frage des Pilatus im heutigen Evangelium gibt Christus die knappe Antwort, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Betonung liegt hierbei auf nicht von dieser Welt, sondern vielmehr in dieser Welt. So genügt es nicht, sich Christus nur als den König des Himmelreiches vorzustellen. Er möchte, dass sein Königreich auch in dieser, unserer irdischen Welt, Ausbreitung findet. Zunächst einmal müssen wir unserem König einen Thron in unserem Herzen geben, indem wir es rein von aller Sünde halten. Christus begnügt sich nicht mit dem zweiten, dritten oder dem zehnten Platz auf der Liste unserer Favoriten. Er erhebt tatsächlich Anspruch auf den allerersten Platz in unseren Herzen. Das soll weder unsere Familien noch unsere Freunde ausschließen, sondern gerade dadurch hilft uns der Heiland, sie in rechter Weise zu lieben und sein Königreich auch in ihren Herzen einzupflanzen. Wie der Katechismus lehrt, genügt es längst nicht, seinen Glauben lediglich im stillen Kämmerlein zu praktizieren. Unser König verlangt von uns, dass wir uns als seine Ritter und Soldaten für sein Reich einsetzen und nach Kräften versuchen, es in die Welt hinauszutragen. Zu Beginn steht natürlich eine klare Entscheidung unsererseits, wie es der heilige Ignatius von Loyola in seinen Exerzitien vorschreibt. Dieser versucht unablässig die Welt durch Macht, Genuss, Konsum und Egoismus an sich zu ketten und dadurch den Streitern Gottes ihren Kampf zu verunmöglichen. Entscheiden wir uns also heute ganz bewusst, vor Christus, den König, zu kämpfen. Jeder von uns hat in der Taufe einen Treueschwur ihm gegenüber abgelegt. Wenn wir unter Christi Banner kämpfen, werden wir niemals untergehen. Alleingestellt, nur auf uns vertrauend, kämpfen wir quasi auf verlorenen Posten. Es sei zudem noch herzlich eingeladen, sich an der Weihe an das heiligste Herz Jesu zu beteiligen, die heute überall dort vollzogen wird, wo das Christkönigsfest begangen wird. Nach der gemeinsamen Herz-Jesu-Litanei wird das gesamte Menschengeschlecht feierlich ihrem König geweiht. Dein sind wir, dein wollen wir bleiben. Bitten wir in dieser Weihe unseren König, dass er uns im geduldigen Kampf sowohl stärke, als uns auch gute neue Mitstreiter senden möge und die schon schwachen, müden Krieger wieder neu beleben möge. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!